das war es vorhin ich gebe dir sechs ja es ist eine Kiste es sei die Kiste also ein bisschen Holz geben noch einmal Holz ich habe gerade alles für die Kiste aufgebraucht ja okay es wird nachdem müssen wir die Tür mit der ist die das damit Ding zu bauen tut mir so viel leid wir sind eingeschlossen naja macht gar nicht mein Text zu ich habe gleich wieder stammt ich war kurz mal abgestattet macht es jetzt zwei und dreißig mal zwei dreißig hat er wo auch die Pläer kompaktieren es sind ich bin die Welt eben ein Passwort zur Schnee Lügen da wird das Passwort sage ich nicht mit er kann es doch noch was das gibt es doch ich bin gerade in den nächsten Kuh ich habe Kohle ich solle Kohle ich habe Kohle 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 aber die ganze Kohle die kleine vier Fackeln verwenden in der Klartung Klang wegen die Bromade aber auch was praten wollen er glaubt mir mehr und genug ich habe es zehn Prozent zu 13 14 15 Kohle und noch mehr über mir ist auch noch also wir haben genug ja ja ich tue einfach die Hälfte in den Ofen rein ja und aus der Hälfte kannst du dann wieder Fackeln machen ja es ist dann wir haben dann schon genug Fackeln locker 64 oder genau 64 locker 4 6 also kriegt ihr noch 32 genau hier hast 32 Stück ja Ich mache hier schon wieder die Innenausarbeiten und statt hier ein bisschen am Haus, dass es größer wird, mache ich schon wieder hier die Schönheiten. Ich habe Eisen gefunden. Cool. Ja, ja. Nimm mal, ob du mein anderes Text schon bekommst. Gefällt mir mehr. Mein Mieser 64 mal 64. Ja. 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 wird auch nur mehr kommen habe jetzt alles was ich brauche dann wird die mehr kommen bei mir erst bei gda für das auto geschafft das auto so hat zu komponieren er war es das auto bei gda 4 war das Video mal angeguckt also doch auch so haben wir zu weise saugen ja erst lassen die jase und panzerfahrzeugen dagegen gefahren muss sein menschen wie die wand drückt man muss noch leider Leiter und das absichtlich gebraucht die jetzt gerne bis sie kaputt gemacht es ist noch dunkel sie ist ein Mondschirm ja ich hab das mal ganz kurz rausgeguckt und da war es nur dunkel und hat Montag Schnee gesehen das ist so nass im heißen ist man die Schere machen ja ich wollte vier Betten ja genau Peter Bauer schafft man schlaft zum Morgen bei klugen Ideen wie mit meinem Raumschiff was ich noch bauen darf wir können doch abstimmen was wollt ihr mehr sehen Multiplayer oder Singleplayer ja genau können die dann reinschreiben was wollen wir dann im Singleplayer machen kein Plan da wäre ich meine ganzen Pistons und so alles mitmachen und mein Raumschiff dort im Singleplayer bauen und all das was ich so in Multiplayer bauen wollte ähm zusammenbett oder Ehebett oder jeder hat sein Zimmer jeder hat sein Zimmer, Skola ja weil du brauchst hier nie Miner und draußen baut ich gerade nie Miner ja genau hat wohl den Sinn ne ja aber dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen Sachen er hat aber dann ich finde sie nichts mehr ich bin dann 1 2 ich will in Damschen finden Schattendanschen Schwester, wo der Damschen ist, da ist genau hier unser Haus fast dran Ja, ich sehe es auch Ja, da buddeln Da grabe ich jetzt mal rein Ah, da ist noch einer Es ist überall Zombies, ist gut Ach nee, auch bin ich blöd Es ist ja gerade Nacht Könnte es ja sein, dass ich hochbuddel Und ich buddel es einfach runter Sie muss mir mal hier meine neue Spitzsacke machen Muss mir auch mal eine neue Spitzsacke machen Oh, scheiße, 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 scheiße Ist es Tag oder wird es Tag? Es wird Tag Ja, nimm mal lange, vielleicht nur noch zwei, drei Minuten Was, das braucht ich mal eine Ja, vielleicht noch eine Minute Was, das macht ihr Und ich... Ich... sie ist es leichter es kommt nicht die Sonne er jetzt ich verneige mich wie Japaner er hat eine Kiste gemacht Kuhl doch hab ich nicht bescheuern so ich bin bereit für die Karte nicht von Stickies wo sind auskommend ist die Kiste um in der Nähe des vielleicht war es ich gehe mal ein bisschen raus hier aber das bringt der Klasse die nicht ich habe schon eine Schere falls mir eine Schere geben muss 9 scheiße wir muss alles wieder wegbomben ah die 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 so die 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 noch gut ich hab noch 1 2 3 4 5 6 Herzen 6er Halbherz das ist noch keine Fiecher gar nichts und so wie es so gehen anderes wie ich noch ein nächstes Schiff schaffe ich habe einen Scherenmann komm mal hier aus mir so schaffe bei Loll praktisch waren oder was du ich sehe das ganz genau haupte und Kripp und ich sehe es da oben ganz genau das ist ein Kripp zu uns im Haus jagen um 9